Es geht nicht nur um Griechenland, es geht auch um Europa und auch um Deutschland. Herr Schäuble, es tut mir leid, aber Sie sind dabei, die europäische Idee zu zerstören. Und Sie, Frau Merkel, und Sie, Herr Gabriel, ordnen sich dem nur unter. Sie begehen meines Erachtens alle drei den schwersten Fehler in Ihrer politischen Laufbahn. In den letzten Wochen waren nicht Sie, Frau Merkel, die Bundeskanzlerin, unser Bundeskanzler, wenn auch nicht gewählt, hieß Wolfgang Schäuble. Sie, Frau Bundeskanzlerin, galten immer als starke Frau. Aber ich sage Ihnen, Ihr Verhalten gegenüber Herrn Schäuble zeigte Sie schwach, deutlich zu schwach. Und von Herrn Gabriel und der SPD war ja nun gar nichts zu hören. Kein einziger eigener Gedanke, kein einziger Widerspruch zu Schäuble. Und dann konnte sich Herr Schäuble auch noch auf die SPD und Herrn Gabriel bei der Erpressung mit dem Grexit bedrohen. Das ist ein Skandal, sage ich Ihnen. 1998 haben wir im Bundestag über die Einführung des Euro diskutiert. Wir hatten damals ein Schild, darauf stand Euro so nicht. Da stand nicht Euro nein, da stand Euro so nicht. Wir sagten, der Euro kann am Ende eines Angleichungsprozesses in der Bildung, in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und nach verabredeten Standards bei Steuern, Löhnen, Renten und Sozialleistungen stehen. Wenn man aber diese Arbeit nicht leistet und die europäische Integration ausschließlich über eine Währung versucht, wird es extreme negative Konsequenzen haben. Sie verhöhnten mich und erklärten, dass Sie alles im Griff hätten. In meiner Rede sagte ich Ihnen, wir werden ein Europa der Banken erleben. Und was haben wir bekommen? Ein Europa der Banken. Die Europäische Zentralbank ist der größte Machtfaktor in Europa geworden. Ich prognostizierte wachsenden Rechtsextremismus und Rassismus auch wegen der wachsenden Angst vor Armut. Und genau so ist es gekommen. Im Süden Europas, in Frankreich, in Deutschland. Wir sagten, dass Lohn- und Sozialdumping die Folge sind, weil bei einer gemeinsamen Währung immer die niedrigsten Standards gelten. Deutschland hat damit begonnen. Und zwar mit der Agenda 2010 und einem Irrsinn an prekärer Beschäftigung. Dadurch ist der deutsche Export gestiegen. Und das musste der Süden bezahlen. Und diese Wahrheit verschweigen Sie. Der Euro hat also mehr gespalten als vereint. Und wir waren das, die das damals prognostizierten. Vielleicht sollten Sie uns gelegentlich doch zuhören. Aber warum sind wir heute dafür, den Euro zu retten? Ich muss ja diesen Widerspruch erklären. Wenn er jetzt zerfiele, hätten wir nicht die Situation wie vor der Einführung des Euro. Sondern die anderen Währungen wären alle nichts wert. Die gingen alle tief in den Keller. Und die Regierungen würden sich verweigern, mit uns feste Wechselkurse zu vereinbaren. Und die deutsche Markt bekäme einen sehr hohen Wert. Und das Ergebnis wäre, dass wir einfach zu teuer wären. Unsere Exporte in Europa brechen zusammen. Und bei einem Vizeweltmeister des Exports ging es gar nichts. Weil Sie nämlich auch in den letzten Jahren immer wieder versäumt haben, die Binnenwirtschaft zu stärken. Was nur über höhere Löhne, höhere Gehälter, höhere Renten, höhere Sozialleistungen geht. Weil die Kaufkraft gestärkt werden muss. Und ich sage Ihnen, deshalb braucht Deutschland den Euro dringender als Griechland. Und das verschweigen Sie, Herr Schäuble, obwohl Sie es sehr genau wissen. Jetzt will ich Ihnen sagen, warum Ihre Politik unsozial, undemokratisch und antieuropäisch ist. Fange ich an mit unsozial. Warum? Weil dann nach den dramatischen Kürzungen bei Löhnen und Renten in Griechenland von 30 bis 40 Prozent Sie weitere Kürzungen der Renten verlangen. Und außerdem noch die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu Lasten aller Verbraucherinnen und Verbraucher fordern. Und eine Besteuerung der Vermögenden im Wesentlichen strikt ablehnen. Das kann nicht gut gehen. 60 Prozent der Jugendlichen in Griechenland sind schon arbeitslos. Warum ist es undemokratisch? Weil Sie den Volksentscheid in Griechenland vollständig negieren. Der griechischen Bevölkerung sagen, sie kann entscheiden, was sie will. Herr Schäuble entscheidet anschließend, dass es anders lang geht. Das ist die Lehre, die Sie ziehen sollen. Und worüber müssen wir in unseren Parlamenten abstimmen? Ich sage Ihnen ein Beispiel. Die griechische Regierung braucht die Erlaubnis der EU-Kommission, des Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Zentralbank schon allein für die öffentliche Diskussion eines Gesetzentwurfs. Und nur nach dieser Erlaubnis darf sie diskutieren. Und dann braucht sie noch mal eine Erlaubnis, um es ins Parlament einzubringen und abstimmen zu lassen. Das ist die faktische Abschaffung der parlamentarischen Demokratie, die Sie dort organisiert haben. Und der Gipfel der Demütigung, Herr Schäuble, Sie wollten Griechenland zum neuen, früheren Ostdeutschland machen. Sie haben nämlich gesagt, Sie wollen die Enteignung des griechischen Staatseigentums und Vermögens über eine Treuhandanstalt mit Sitz in Luxemburg. Nur, lieber Herr Schäuble, Griechenland wird im Unterschied zu Ostdeutschland nicht ein Teil Deutschlands. Und außerdem erzielte die Treuhand in der DDR keine Erlöse und machte auch die Industrien, die etwas taugten, platt. Wir verdanken den Regierungen Griechenlands, Frankreichs, Italiens und Österreichs, dass das wenigstens verhindert wurde. Und nun komme ich zu der Frage, warum die Politik antieuropäisch ist. Immer mehr Menschen in Europa verbinden Europa selbst mit Begriffen wie Zwang, Nötigung, Erpressung. Geld geht über alles, uneingeschränkte Macht der Banken. Die entscheidende Macht liegt bei drei demokratisch nicht legitimierten Einrichtungen. Der Europäischen Zentralbank, dem Internationalen Währungsfonds und der Europäischen Kommission. Und einer Regierung, nämlich der Bundesregierung. Und wenn Sie sagen, das liegt daran, dass wir das den Leuten erzählen, dann überschätzen Sie unseren Einfluss in gewisser Hinsicht in Europa. Aber mal abgesehen davon, was glauben Sie, was die Menschen, die das erleben, von Europa halten? Nein. Deshalb sage ich, wird die Idee kaputt gemacht. Herr Schäuble, Sie geben sich nationalistisch und behaupten im Interesse, Deutschland zu handeln. Ich sage Ihnen, Sie schaden unserem Land. Und zwar nachhaltig. Die anderen europäischen Regierungen, alle wichtigen europäischen Medien diskutieren gar nicht über Griechenland. Die diskutieren über Deutschland. Der italienische Ministerpräsident Renzi sagte Ihnen, Herr Schäuble, genug ist genug. Der französische Präsident zog die Notbremse. Zwei Pressebeispiele. Der britische Telegraph erinnerte daran, dass auch Großbritannien gegen Deutschland in zwei Weltkriegen gekämpft habe, um eine Dominanz Deutschlands über Europa zu verhindern. Und schreibt, jetzt hat es Deutschland ohne einen Schuss erreicht. Und die italienische, ich habe nur den Telegraph zitiert. Und die italienische Zeitung La Stampa sagte, Griechenland habe die Zivilisation, Deutschland die Barbarei geboren, wir hätten jetzt die Wahl. Wissen Sie, ich finde das tragisch. Weil wir hatten international schon einen guten Ruf, Herr Schäuble, und Sie haben begonnen, ihn zu zerstören. Wo unsere Bürgerinnen und Bürger auch hinreisen werden, Sie werden es spüren. Das ist sehr schade. Denn unsere Bevölkerung muss bezahlen, was Sie gerade an Rufschädigung angerichtet haben. Und stützen Sie sich bitte nicht auf die baltischen Regierungen und die Regierungen Spaniens und Portugals, die alles gemacht haben, was sie wollten. Und wenn Sie jetzt nämlich bei Griechenland einen anderen Kurs gefahren wären, hätten die ja einräumen müssen, dass sie Schwächlinge sind. Nur deshalb unterstützen die jetzt ihren Kurs. Und ich will mal zu Schulden etwas sagen. Wissen Sie, ich habe mich mal damit beschäftigt. Also nach dem Ersten Weltkrieg... Ja, warten Sie doch mal. Ich weiß gar nicht, ob Sie noch so lachen. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde Deutschland verpflichtet, 132 Milliarden Goldmark an Reparation zu bezahlen. Umgerechnet sind das 700 Milliarden Euro. Und das ist doch interessant. Im Jahre 1953 fand die Schuldenkonferenz statt in London. Und dann gab es einen Schuldenschnitt. Und es wurden 50 Prozent der Reparationen erlassen. Und dann gab es, ja, dann gab es eine Stundung hinsichtlich der Zinszahlung, nämlich bis zur Herstellung der Deutschen Einheit. Und ab 1990 mussten wir wieder bezahlen. Und die letzte Rate haben wir im Oktober 2010 bezahlt. Ich treffe drei Feststellungen. Erstens, wir haben 92 Jahre zurückgezahlt. Zweitens, wir haben einen Schuldenschnitt von 50 Prozent erlebt. Drittens, wir hatten eine Stundung von 37 Jahren. Sollten wir vielleicht mal darüber nachdenken und nicht so tun, als ob wir alles gemeistert hätten in unserer Geschichte? Wir hatten im Februar einer Verschiebung zugestimmt, aber niemals dem Paket. Die Verschiebung war wichtig, damit die griechische Regierung Luft holen konnte und Zeit für Verhandlungen bekam. Heute aber geht es eben nicht nur um den Auftrag, neue Verhandlungen und ein Hilfspaket zu führen. Dagegen haben wir nichts. Da würden wir zustimmen. Die Bedingungen dafür aber sind unerträglich. Das ist das Problem. Und ich sagte schon im Februar hier, dass in einem solchen Falle wir zustimmten, wenn es um Investitionen und den Aufbau Griechenlands ginge. Dann aber ablehnten, wenn es um Sozialabbau und weitere Zerstörung ginge. Und Sie haben sich für den zweiten Teil entschieden. Hätte ich als Abgeordneter am Mittwoch im griechischen Parlament gesessen, ich hätte trotz schwerster Bedenken mit Ja gestimmt, um eine Verelendung der griechischen Bevölkerung zu verhindern. Wir bleiben mit den Griechinnen und Griechen und der griechischen Regierung solidarisch. Aber zu Ihrer Politik können wir nur Nein sagen. Wir sind nicht bei den Erpressten, sondern bei den Erpressern. Das ist der Unterschied. Und zum Schluss. Viele Leserinnen und Leser einer sehr bebilderten Zeitung glauben, dass Deutschland genug für Griechenland bezahlt habe. Ja, auch in der Union. Ich wurde schon gefragt, wie viele Milliarden wir eigentlich schon bezahlt hätten. Das ist völlig falsch. Deutschland hat während der Krise nicht einen einzigen Euro an Griechenland bezahlt. Ich möchte, Herr Schäuble, dass Sie das jetzt auch mal wiederholt betonen, in Interviews, im Fernsehen, im Radio und in den Zeitungen. Alles Geld, das bisher nach Griechenland geflossen ist, kommt vom Internationalen Währungsfonds oder von der Europäischen Zentralbank. Letztere druckt ihr Geld selbst. Deutschland muss erst bezahlen, wenn Griechenland pleite ginge. Weil Sie nämlich diese Bundesregierung gegen unseren Willen unterschrieben haben, für 27 Prozent der Schulden zu haften. Und dann arbeiten Sie auch noch daran, dass Griechenland pleite geht. Das ist überhaupt nicht nachvollziehbar, was Sie dort betreiben. Aber, Herr Schäuble, Sie wollten die griechische Regierung stürzen. Es ist Ihnen nicht gelungen. Gewisse Mittel für Investitionen wird die griechische Regierung wahrscheinlich organisieren können. Vielleicht schafft die griechische Regierung nach einigen Jahren wieder mehr Wohlstand. Wird mit der Bevölkerung unerwartet zum Gewinner dieses Prozesses. Es ist nicht ausgeschlossen. Sie, Herr Schäuble, haben in vielen Völkern den Widerstand gegen die Zerstörung der europäischen Idee und die dominante Rolle Deutschlands geweckt. Vielleicht gelingt auch hier das Gegenteil von dem, was gerade angerichtet wird. Sie von der Unionsfraktion sehen sich als Sieger. Und Sie von der SPD wollen irgendwie mit siegen. Aber ich sage Ihnen, wenn ich aufhören kann zu siegen, wird später umso deutlicher und klarer verlieren. Ich hoffe, dass die Niederlage nicht so groß wird, dass es ein europäisches Deutschland nicht mehr geben kann. Denn dieses brauchen wir dringend.